Herzlich Willkommen, liebe Freunde, Investoren und Newcomer. Was für einen wilden Tag wir gestern noch hatten, was wir für einen Preiseinbruch hatten, wie das Panik verursacht hat. Ob wir komplett durch sind oder nicht, bleibt noch fraglich. Wir müssen noch einmal warten. Wie wir sehen können, macht unser Big Brother Bitcoin hier noch keinen extrem starken Move über diese 40.000. Aber die Entwicklung, die Bitcoin gerade durchmacht, ist trotzdem sehr, sehr positiv. Und der Trend zeigt, dass wir nach oben gehen. Und es macht eigentlich genau das, was es auch 2013 gemacht hat. So, an der Stelle. Viele, viele kommen jetzt und sagen immer, ja, das sieht überhaupt nicht aus wie der 2017er Bullrun. Ich habe nie behauptet, dass ich glaube, dass es sich verhält wie der 2017er Bullrun. Wer die Videos sich anschaut, die allerersten Bitcoin-Videos vor zwei Monaten, die wir gebracht haben. Da habe ich schon gesagt, dass der Bullrun, den wir jetzt haben, eher den 2013 erinnert. Weil wir nicht diesen zweiphasigen Anstieg in den Altcoins sehen. Sondern eigentlich nur eine Bewegung mit hoch mit Bitcoin. Ich nehme immer nur gerne Teile des 2017er Bullruns. Weil das Kaufverhalten immer wieder gleich ist. Einzelne Segmente gucke ich mir immer wieder gerne an. Weil die Muster, wie es gekauft wird, die ändern sich ja trotzdem nicht. Darum nehme ich das immer gerne zum Vergleich. Und sind jetzt viele irgendwie angekommen und sagen, nee, nee, sieht gar nicht so aus wie der 2017er. Bin ich auch eurer Meinung, Leute. Ich bin auch der Meinung, dass es wie der 2013er aussieht. Gestern hat Blockchain-Backer auch ein sehr interessantes Video nochmal dazu rausgebracht. Das, was er gemacht hat, das schauen wir uns heute auch an. Und dann werden wir sehen, dass 2013 dieser krasse Move, den Bitcoin gestern gemacht hat, mit deiner fast 50%-igen Korrektur nach unten, dass das kurz vor dem All-Time-High 2013 auch passiert ist. Aber gucken wir uns jetzt erstmal an, was hat der Total-Ord-Coin-Market-Cap gemacht. Schaut mal an, was wir hier unten hatten. Wie stark sind wir runtergebrochen auf das Niveau, wo wir zuletzt mal hier am 28. Februar diesen Jahres waren. Das heißt, vor drei Monaten waren wir zum letzten Mal hier auf diesem Preisniveau, den wir auch nie angetestet hatten. Wir waren hier erstmal, wir sind hoch, haben diesen Punkt hier angetestet gehabt. Und von da aus sind wir einfach ausgerastet, nach oben, jetzt noch einmal runtergegangen und den noch einmal angetestet. Was jetzt allerdings interessant ist. Wenn wir uns mal nur die Tagesabschlüsse angucken. Seht ihr, Panik hat man bekommen hier bei dieser Candlestick-Bewegung. Das heißt, der Preis ist wirklich richtig runtergegangen. Also die Total-Ord-Coin-Market, die gesamte Marktkapitalisierung ist hier an der Stelle so weit runtergegangen. Aber schaut mal, was für einen Pullback wir haben. Wenn wir uns jetzt mal einfach nur die Tagesabschlüsse angucken. Wenn wir uns hier auch die Linienansicht nehmen, nicht die Candlestick, dann zeigt er uns nur die Tagesabschlüsse. Guck mal, es sieht gar nicht mehr so dramatisch aus. Wenn wir einmal hier unsere Horizontal Rail ziehen, schaut mal, dann haben wir eigentlich nur diesen Preisbereich hier. Oder beziehungsweise diesen Bereich im Total-Ord-Coin-Market-Cap angetestet. Auf einmal sieht das gar nicht mehr so übel dramatisch aus, wie es sich gestern hier abgespielt hat. Weil das halt einfach nur, guckt euch an, was hier los war. Was für ein Volumen hier getradet wurde. Es ging einfach viel raus und direkt wieder rein in den Markt. Innerhalb von wenigen Stunden. Das ist halt so ein krasses Ding. Das ist so eine üble Marktmanipulation. Klar haben viele jetzt wegen den Nachrichten aus China, die wollen Bitcoin verbieten und all sowas. Wie oft ist das schon passiert? Ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Lasst mich lügen. Ich erinnere mich an mindestens dreimal, dass die es verboten haben, dann wieder aufgehoben haben. Die wollen natürlich ihren digitalen Yuan voranbringen. Und das ist klar. Tony, mein Freund, hat mir auch ein Video geschickt vor einem Jahr. Da hat einer das präsentiert gehabt. Dass die, wie die chinesische Bank das machen will und all sowas. Mit NFCs, über Handys, dass man das übertragen kann. Auch offline, über ein Telekommunikationsnetz. Und ja, das ist ja gar keine richtige Blockchain, was die da machen. Sondern das wird komplett zentral sein. Ich glaube, die People's Bank of China wird das dann übernehmen. Das macht das Ganze ein bisschen gefährlich von der Sicherheit her. Wir haben eine große Institution, die man prinzipiell angreifen muss, um das ganze System dann lahmzulegen. So wie ich das jetzt verstanden habe. Wahrscheinlich haben die es schon erneuert. Habe ich jetzt erstmal noch nicht nachrecherchiert. Das ist der Stand vor einem Jahr gewesen. Aber das hört sich so ziemlich nach China an. Die wollen halt eine mächtige Instanz haben, die das Ganze kontrolliert. Abwarten. Müssen wir einmal gucken. Habe ich schon zu oft gesehen und zu oft gehört. Indien auch. Wie oft hat Indien Bitcoin verboten oder Kryptos verboten und wieder erlaubt. Und noch einmal. Und das Ganze passiert immer auf den Höhepunkten. Immer, wenn wir einen guten Hoch erreicht haben. Ja, ich weiß nicht. Das ist so. Das ist mir alles zu suspekt. Okay, gucken wir einmal nach. BTC. Was hat Bitcoin hier gemacht? Einen richtig interessanten Luff. Das ist ja die Tagesansicht, die wir haben. Gucken wir mal bei TradingView die Wochenansicht. Und guckt, was wir da gemacht haben. Wir haben hier die 21er Fibonacci EMA Ribbon angetestet gehabt. Schaut euch das mal an. Wir sind nur runtergewickt und haben uns genau darauf gehalten. Am nächsten Tag haben wir die durchbrochen, sind runter und sind zwar runtergewickt unter die 34er EMA Ribbon hier. Aber wir haben uns darüber gehalten. Was auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Zeichen ist. Zwar war der Wick mal ein Wick von dem Vater von Wick. Wir sind hier richtig, richtig stark runtergegangen. Haben die 55er EMA Ribbon aus der Wochenperspektive. Das ist ein Balken hier, stellt den Höchst- und den Tiefstpreis innerhalb einer Woche dar. Schaut euch das mal an. Wir sind mal richtig stark hier runtergewickt. Unter die 55er, aber auch wieder auch über der Tagesabschluss. Der hat sich noch über die 34er EMA Ribbon gehalten. Die Fibonacci EMA Ribbon. Was richtig, richtig interessant ist. Wenn wir uns aus der Wochenperspektive hier noch einmal eine Sache anschauen. Und da wir hier einen dicken Wick schon nach unten haben, setze ich mal die Fibonaccis von der Stelle an. Und schau mal, was die Fibonaccis dann sagen auf dem Weg nach unten. Gucken wir uns das mal an einmal. Dort war der höchste Punkt. Und jetzt guckt euch das mal. Wo haben wir gestoppt? Wir haben bei der Fibonacci Retracement von 0,786 gestoppt. Und ihr wisst ja, was das heißt. Der Community muss sich nicht mehr erklären, was das heißt, oder? Wenn wir hier auf jeden Fall eine starke Resistance finden und so einen schönen V-Bottom haben. Ich glaube, dann sollten wir einmal noch richtig gut nach oben explodieren. Unseren All-Time-Highs erreichen. Gehen wir mal zurück auf CoinShark Trader Pro. Das ist jetzt die Tagesansicht der ganzen Geschichte. Und auch hier. Leute, wenn wir hier einmal nur die Tagesabschlüsse uns angucken. Dann wird das Ganze auch nicht mehr so dramatisch. Guckt mal. Bis hierhin sind wir ja mit den Candlesticks runtergelegt. So sieht das jetzt nicht mehr so dramatisch aus. Und was interessant ist, worauf Blockchain-Backer auch hingewiesen hat. Ich komme gleich darauf zurück, dass wir hier ein V-Bottom haben. Was oft ein gutes Zeichen dafür ist, dass wir steil nach oben gehen könnten. Weil wenn sowas passieren sollte, was er auch gesagt hat, dass wir so eine ABC-Correction haben. Das ist oft ein Zeichen dafür, dass der Markt nicht stark genug ist und wir eventuell einen Einbruch finden werden. Und er hat auch gesagt, an der Stelle würde er dann anfangen auszusteigen aus dem Markt. Finde ich auf jeden Fall realistisch. Habe ich auch all meinen Jungs gesagt. Ich habe es euch gestern auch nochmal gesagt. Wenn wir so eine zackige Korrektur haben, wie so eine ABC-Style-mäßig. und den All-Time-High auch hier nicht mehr erreichen, habe ich euch gestern auch gesagt. Dann war es das. Dann gehen wir mit unserem Portfolio wahrscheinlich zu 80% raus. Was ich allerdings noch nicht glaube, gucken wir uns mal an. Jetzt für die, die andauern und sagen, du guckst die 2017er an. Wie gesagt, ich gucke mir nur die Kaufmuster an. Was da einzeln passiert. Weil das wiederholt sich halt immer wieder. Vom gesamten Verlauf aber sieht das hier, sieht das hier dem aktuellen Verlauf viel ähnlicher. Jetzt nicht direkt hier, so eine seitliche Bewegung haben wir jetzt ja gar nicht richtig gemacht. Aber wie Bitcoin nach oben geht und auf welche Art und Weise die Altcoins folgen, ist interessant. Weil schaut euch das mal an. Ich nehme mal eben kurz, wir haben hier halt nur wenig, wenig Coins, die so alt sind. Darum nehme ich XRP und Litecoin einmal rein. Und jetzt guckt euch das mal an. Das hier ist Litecoin, das grüne ist XRP. Das blau ist Litecoin und das ist der Bitcoin-Verlauf. Das ist der 2013er Verlauf. Und jetzt schaut euch das mal an. Das ist halt ein bisschen schwer, weil Litecoin ein bisschen später kam. Sehen wir diese Bewegungen nicht. Aber, guckt euch an. Das war ein Bullrun. Bitcoin ist einmal hochgegangen, hat hier diese 50%-Korrektur gehabt, die wir jetzt gerade haben. Das werde ich gleich einmal überlappen und dann schauen wir uns das an. Und XRP auch, die sind in einem Move hoch. Was 2017 passiert ist. Scrollen wir mal einmal rüber. Da ist Bitcoin von dem tiefsten Punkt aus hier eigentlich in der geraden Linie nach oben gegangen. Aber guckt, was die Altcoins damals gemacht haben. XRP hat hier seinen ersten Run gehabt. Lange, lange, lange geflaggt. Lange seitlich sich bewegt. Litecoin hier auch. An der Stelle können wir eigentlich auch Ethereum mitnehmen, weil dann war Ethereum auch schon da. Schaut mal. Ethereum auch. Starken Anstieg. Der erste Run. Seitliche Bewegung. Und als Bitcoin hier den letzten Anstieg hatte, ist Ethereum auch auf seinen All-Time-High gekommen. XRP auch. Litecoin auch. Und darum ist der Verlauf, den wir jetzt haben, der ähnelt mehr den 2013er Burrun statt den 2017er. Weil wie wir hier sehen können, Bitcoin geht einmal hoch und Altcoins folgen. Da gibt es jetzt nicht so eine zweistufige bei den Altcoins. Wo wir hier einmal den Anstieg haben, seitliche Bewegung, noch einen Anstieg. Hier bei Litecoin auch. Einmal den Anstieg, seitliche Bewegung, zweiter Anstieg. Genau wie bei Ethereum. Erster Anstieg, seitliche Bewegung, zweiter Anstieg. Und den haben wir jetzt halt gerade nicht. Darum, von dem reinen Verlauf her, verhält sich der Bullrun vom Bitcoin im Bezug, Name der Altcoins, eher so wie der 2013er Burrun. Um das noch einmal hier klarzustellen, bevor irgendwelche wieder ankommen und sagen, du guckst dir mal den 2017er an. Nein, ich habe mir nur einzelne Segmente angeguckt. Weil von der Kaufpsychologie her sich da trotzdem nichts dran ändert. In einzelnen kleinen Segmenten. Okay. Ich nehme die mal wieder raus, damit wir hier ein bisschen bessere Sicht haben. Und ich kopiere euch mal nur diesen oberen Teil hier raus. Blockchain-Backer hat den ganzen Teil hier raus markiert. Hat nochmal gezeigt, dass die Höhen und Tiefen, das habe ich euch bei unserem ersten Bitcoin-Präsentationsvideo. Wenn ihr komplett runterscrollt bei den Videos, dann seht ihr das auch. Weil das dauert jetzt sonst viel zu lange, wenn ich das mache. Ich wollte das eigentlich kurz und knapp halten hier einmal. Weil wir heute Abend ja wieder live gehen. Da können wir dann nochmal separate Fragen beantworten. Aber ich werde mal hier den Bar-Pattern einmal rauskopieren. Und wir nehmen uns das hier einfach mal rüber. Diesen Teil. Den kopieren wir uns jetzt mal komplett rüber und gucken uns an, wie der Verlauf jetzt gerade ist. Ich mache den mal einfach hier so daneben. Und das wird erst jetzt deutlich hier dort. Es könnte vielleicht auch sein, dass wir gerade das hier machen. Blockchain-Backer hat nur dieses hier erwähnt. Schaut mal. Ich ziehe das mal einmal ein bisschen in die Länge, damit wir das besser erkennen können. Bitcoin hat hier eine 50%-Korrektur gemacht gehabt. Er ist halt stark hoch. 50%-Korrektur wie Bottom und wieder nach oben. Und das ist das, was wir eventuell hier auch sehen. Wenn ich hier auch wieder in Linienform gehe. Wir haben hier eine starke Korrektur jetzt nach unten. Wenn wir nur die Tagesabschlüsse geben, dann sind das 43%. Wenn ich nochmal zur Candlestick-Variante rüber wechsle, dann sind wir bei weitaus mehr. Da oben ist ja der Candlestick. Dann sind wir fast bei der 50%. Also mit 48% angekommen. Wenn ich mir, ich gehe einmal eben kurz zurück und weil ich sie jetzt hin und her geschoben habe, wird das hier nicht exakt die Daten angeben, die wir brauchen. Darum gehe ich mal zum realen Verlauf hier. Wir waren dort, haben runter korrigiert. Also 44,66. Also ich runde einfach mal auf. Fast 55%. Und das sieht halt so ähnlich aus wie das, was hier passiert. Zwar haben wir hier das Ganze etwas länger gezogen. Nicht so kurzfristig wie hier. Aber es sieht ziemlich, ziemlich ähnlich aus. Wenn wir uns das einmal angucken hier wieder auf der Linienformat, sieht es aus, als ob wir hier wirklich einen V-Bottom bilden. Genau wie hier. Und auch nach dem Bullrun, wo der Bullrun hier zu Ende war am Ende, zum Ende hin. Wir haben hier V-Bottom gehabt. Das mag jetzt passieren. Dann haben wir den letzten Anstieg gehabt. Haben hier nochmal V-Bottom gehabt. Und das war diese 40% Korrektur, von der wir die ganze Zeit reden. Die ist 2013 passiert und die ist 2017 passiert. An der Spitze diese 40% Korrektur, wo Altcoins bei 2017er Bullrun erst hier bei dem Anstieg, wo sie ihren Alltime High nicht mehr erreicht hat, ausgerastet sind. Und hier bei der kleinen Korrektur hier oben. Und wieder zurück bei der V-Bottom hier. Sind beim 2013er Bullrun alle Altcoins ausgerastet. Ja Leute, das heißt, ich glaube, wir sind kurz davor, diesen letzten starken Move zu machen. So wie ich es auch gestern gesagt habe und vorgestern gesagt habe. Und warum ich nicht diesen ganzen Chart-Experten, die es zur Zeit auf dem Markt gibt, glaube, dass der Bullrun jetzt schon vorbei ist. Ich denke, diesen letzten Move haben wir noch vor uns. Wie ich euch gestern gezeigt habe, wenn wir mit dem Start-to-Flow-Model gehen, sollten wir hier irgendwo bei 105.000 landen. Wenn wir anhand der rein technischen Chart-Analyse gehen, könnten wir auch einen Wert von 126.000 erreichen. Vielleicht sogar ein bisschen höher. Dieser grüne Bereich ist aber der Bereich, von dem ich felsenfest überzeugt bin, dass wir da irgendwo in dem grünen Bereich auf jeden Fall landen werden. Der orange Bereich halte ich auch für möglich. Ist ein schöner Bonus, wenn wir auch noch ein bisschen weiter da hochkommen. Dieser rote Bereich hier oben, aber bis 300.000 hier. Da haben so viele gesagt, so viele Experten, so viele Milliardäre, so viele einflussreiche, intelligente Menschen. Und das halte ich halt für so eine Manipulation, weil ich nicht glaube, dass wir in diesem Bullrun solche Werte für Bitcoin erreichen können. In den kommenden Jahren, im nächsten Bullrun, kann passieren auf jeden Fall, müssen wir uns das dann angucken. Jetzt glaube ich nicht. Ich glaube, viel höher als diese Bereiche hier, der grüne und der orange Bereich, glaube ich nicht, dass wir da kommen. Aber wir müssen abwarten. Bitcoin, preistechnisch, wo sind wir da gerade? Preistechnisch sind wir bei 39.500. Müssen wir jetzt abwarten, wohin das geht. Ich denke mal, es wird sich heute oder morgen entscheiden, ob wir nicht so einen richtig starken Anstieg nach oben sehen und einen richtig schönen V-Button formen. Was uns dann nochmal eine gute Bestätigung dafür gibt, dass wir diesen letzten, letzten Pump noch vor uns haben. Okay Leute, das war es erstmal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und vergisst nicht, wir sehen uns heute Abend beim Livestream. Crypto Heroes out! Radio Radio .